Ich bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige war, die irgendwo im elften Stock von einem anderen Leben träumte. Diese Träume Wirklichkeit werden zu lassen, war für uns nicht drin. Auch nicht für meine Mutter. Sie liebte Stoffe, machte die schönsten Kleider. Du siehst so hübsch aus, Mama. Dieser Stoff fühlte sich so wunderbar an. Eine neue Welt, die ich unbedingt kennenlernen wollte. Warum trägst du dieses Kleid nie? So was trägt man hier nicht, Mandy. Und so wusste ich, dass ich weg musste. Raus aus der Änderungsschneiderei. Raus aus der Platte. An einen Ort, an dem man solche Kleider tragen konnte. New York. Denn hier wollte ich Modedesignerin werden. Ich habe Kaffee geholt, mich herumschubsen lassen, habe mich abgerackert, aber ich habe nicht aufgegeben. Und viel gelernt. Und nun, nach fast zehn Jahren, bekam ich meine große Chance. New York. Country to me, we dream to fade up. There's nothing you can do. Now go to New York. 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 Die Style Berlin. Hier konnte ich zeigen, was in mir steckt. Ich. Mia Milana. Tschüss. foods población. Das Ball. Mannerscheiderei. Das Ball. . Bem policier. Wie passiert. Jagger. Musik. Los tale beginners. Das sao? fueron wir neurotına. Vielen Dank.